So, Brille ab. Willkommen in meinem Schlafzimmer. Willkommen in meinem Schlafzimmer. Kann man mich vernünftig sehen? Platz gleich. Ich glaube, das wäre einfach ein bisschen zu umständlich gewesen. Also, oh Mann. Nee, nee, nee. Da ist einiges an... schnautert, oder? Nee, das muss ich rausschneiden. Aha. Ich mag einfach keinen Zuschauer. Dankeschön fürs Einschalten und weiterhin viel Spaß mit meinen Videos hier auf YouTube. Ciao, euer Wohnprinz Bastian. Danke, gerne. Untertitelung des ZDF, 2020